Musik Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Ja, hier habe ich in dieser Fastenzeit schon mal gestanden, an der ersten Kreuzwegstation. Eigentlich wollte ich mit Ihnen während der Fastenzeit so die einzelnen Stationen ein bisschen abgehen. Die Ereignisse haben mich bisher davon abgehalten. Und das Ereignis der letzten Nacht hat mich wieder hier an diesen Ort geführt, an die erste Kreuzwegstation. Jesus wird zum Tode verurteilt, Pilatus, ja, verurteilt Jesus zum Tode. Ein Konflikt zwischen Staat und Religion. Auch wir stehen in einem Konflikt zwischen Staat und Religion. Gestern Nacht hat eine hohe Repräsentantin unseres Staates der Kirche geraten oder darum gebeten, keine Präsenzgottesdienste zu feiern. Es besteht die Erwartungshaltung an die Kirchen, keine Präsenzgottesdienste zu feiern. Bei mir löst diese Bitte Unverständnis aus. Und ganz bewusst habe ich mich hier an die erste Kreuzwegstation gestellt und zeige Ihnen auch noch mal ein Bild von Johannes Nepomuk, eines Heiligen des 14. Jahrhunderts, der im Konflikt mit dem Staat seiner Zeit den Tod gefunden hat. Auch er hat ein klares Nein gesagt. Es ist Zeit, Nein zu sagen. Denn als Religionsgemeinschaft haben wir das Grundrecht, unsere Religion auszuüben. Hier in dieser Kirche, wie in vielen, allen katholischen Kirchen unseres Landes, hat nie und nie und nie irgendetwas stattgefunden, was mit dem Infektionsgeschehen zu tun hat. Es gilt Nein zu sagen und ich bin sehr dankbar, dass etwa Bischof Betzing mit einem klaren Wort in die Verhandlungen eingestiegen ist. Nun zwischen Staat und Kirche und auch andere Vertreter unserer Kirche haben sich klar geäußert und positioniert. Diesen Verhandlungen können wir natürlich nicht vorgreifen, Aber ich will ja diese Verhandlungen, die kirchlichen Vertreter in diesen Verhandlungen ermutigen. Sagt Nein, bleibt dazu und schlagt die Bitte aus. Es ist Zeit, Nein zu sagen. Und in vielen anderen Bereichen, auch dieses sogenannten Lockdowns, dieser Maßnahmen, gilt es einmal Nein zu sagen. Es ist Zeit, Nein zu sagen. Gott hat uns auch den Geist des Widerstands gegeben. Sagen wir Nein. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.